Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technik-Helden-Video hier auf dem Konrad YouTube-Kanal. Heute versuchen wir mal aus einem alten Fernseher einen modernen Smart-TV zu machen und zwar mit Hilfe des Raspberry Pi. Also, bleibt dran! Den Raspberry Pi kennen wir ja noch aus einem der letzten Konrad-Technik-Helden-Videos. Da haben wir dann mit Hilfe des Raspberry Pi Lego gesteuert, programmieren gelernt, mit Python sind wir ganz neue Wege in dem Zusammenhang gegangen. Aber jetzt denken wir uns, nach der ganzen Arbeit haben wir uns auch ein bisschen Erholung verdient. Und dazu gehört auch 2023 noch, man schmeißt sich einfach vor den Fernseher. Jetzt haben wir aber nur einen alten, normalen Fernseher und keinen modernen Smart-TV, der ja mit dem Internet verbunden ist, der ja auch Apps kann, der streamen kann, wo ich Zugriff auf mein eigenes NAS habe, wo ich vielleicht auch noch ganz Oldschool-mäßig Sachen per USB anstecken kann, sei es ein USB-Stick oder eine Festplatte. Aber das hat unser Fernseher jetzt nicht. Unser Fernseher ist zum Glück kein, nein, noch älterer Röhrenfernseher, hat aber sowohl einen SCART-Anschluss als auch AV-Anschlüsse. Aber wir haben das Glück, er hat auch schon HDMI an Bord. Das vereinfacht die Sache, denn dann können wir über HDMI nicht nur Bild, sondern direkt auch Ton weiterreichen lassen. Und ihr könnt es euch denken, wir wollen jetzt den alten Fernseher mithilfe unseres Raspberry Pis SMART machen. Der Raspberry Pi bekommt in dieser Version, das ist der Raspberry Pi 4 im Modell B, sogar mit großen 4 GB RAM, seinen Strom über USB-C bereits. Bildausgabe und dann parallel auch Tonausgabe funktioniert hier über Micro HDMI. Haben wir dann per Adapter an den Fernseher mit HDMI angeschlossen, das Ganze dann mit Strom und dann sind wir gestartet. Aber was fehlt? Die Steuerung. Wie bedient man jetzt einen Raspberry Pi am Fernseher? Natürlich hat ein Raspberry Pi auch USB-Anschlüsse. Da könnten wir jetzt ganz normal kabelgebundene Maus, kabelgebundene Tastatur anschließen. Einige unterstützen natürlich auch Bluetooth und dann könnte man per App darüber zum Beispiel auch eine Fernbedienung simulieren. Aber wir sind ja noch am Anfang, noch nicht. Wir brauchen ja Maus und Tastatur für die Einrichtung. Dann haben wir uns jetzt hier die Logitech K400 Plus Tastatur geschnappt. Die verfügt noch über einen Dongle, der einfach in USB angeschlossen wird. Darüber funktioniert dann die Verbindung drahtlos. Und die Tastatur ermöglicht uns die Eingabe und hat daneben sogar noch ein Trackpad mit Maustasten. Linke Maustaste, rechte Maustaste und damit funktioniert jetzt unsere Eingabe. Das Ganze bringen wir wie ins Internet. Natürlich hätten wir noch einen Ethernet-Anschluss am Raspberry Pi, aber unser Pi hat jetzt auch sogar ein eingebautes WLAN-Modul. Und der ist auch bereits eingerichtet. Auf diesen Raspberry Pis laufen eigentlich in der Regel Pi OS als Betriebssystem. Da muss man hier und da ein bisschen Hand anlegen, damit die Bildausgabe richtig hinhaut. Das kann, je nachdem, ob man ein Monitor anschließt, was für eine Auflösung da ist, wie die Bildwiederholrate ist, ob es ein Fernseher ist, ein bisschen trickier bei der Einrichtung sein. Denn es funktioniert halt nicht, wie man es von macOS oder von Windows gewohnt ist. Einfach mit ein paar Klicks in dem Programm oder sowas. Nein, auf dem Raspberry Pi läuft Linux und da muss man noch Kommandozeilen von Hand anlegen. Es gibt haufenweise im Internet Anleitungen dazu, aber man muss wieder ein bisschen tippen. So, aber lasst euch nicht verwirren. Das ist ein relativ einfacher Einstieg und die ganze Raspberry Pi Community da draußen ist sehr stark. Da sind viele Dinge auch dokumentiert. Und dann haben wir uns jetzt angeschaut, Was kann ich mit einem Raspberry Pi im Auslieferungszustand am Fernseher machen? Dann ist der Fernseher im Endeffekt ein großer Monitor mit integrierten Lautsprechern. Der Pi sorgt jetzt dafür, dass wir auch USB-Anschlüsse haben, an die wir dann auch ganz normal Festplatten, USB-Sticks anschließen könnten, wenn wir darauf Bilder oder Videos oder Musik gespeichert haben. Und die können dann am Fernseher auch wiedergegeben werden. Häkchen dran. Aber wir wollen ja auch ins Internet. WLAN ist vorhanden. Das heißt, wir haben auch einen Browser im Pi OS ganz normal schon vorinstalliert. Man startet das Ganze und könnte jetzt zum Beispiel auf YouTube gehen. Ganz normal sich dort die Videos angucken. Das funktioniert in unserem Fall ganz aus der Box. Sogar in 480p, 720p, 1080p. Also Full HD lief auch problemlos. 4K-Videos ruckelte dann hier oder da. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, brauchten wir jetzt aufgrund der Auflösung aber nicht zu machen. Dann könnte man natürlich im Browser auch hingehen und ganz normal öffentlich-rechtliche Mediatheken sich angucken. Und da dann zum Beispiel, was weiß ich, Live-Tiver wie streamen oder aus den Mediatheken Online-Zeug wiedergeben. Funktioniert alles problemlos. Dann kann ich natürlich auch die ganzen Streaming-Dienste, Netflix, Disney, Prime, einfach da wiedergeben und mir das Ganze angucken. Das geht auch. Ist aber dann natürlich nicht so komfortabel, weil im Endeffekt habe ich jetzt mit dem Pi und dieser Art der Bedienung nur einen Rechner an einem Fernseher angeschlossen. Kann man machen. Ja, ist für den einen oder anderen bestimmt auch erstrebenswert. Gerade wenn dieser Pi noch parallel anderes Zeug machen soll. Wenn er vielleicht so etwas, was ich als Smart Home Zentrale fungiert, als Cloud Server oder sowas. Oder ich habe sonstige Sachen darauf noch laufen und dann brauche ich mein normales Pi OS und nutze diese Sachen dann zusätzlich. In der Erweiterung könnte man natürlich auch hingehen und so Sachen wie Plex oder Kodi dann auf diesem Gerät installieren, um noch einen einfachen Zugang zu mehr Apps zu haben, um zu anderen Dingen, die vielleicht ein bisschen einfacher einzubinden. Gerade in Verbindung, wenn man ein eigenes NAS hat, wo Dinge dann laufen und man das nicht von Hand machen möchte oder nicht zum Beispiel im Voll C-Player oder sowas dann noch integrieren möchte, kann man natürlich auch machen. Ist aber nicht so ganz komfortabel und ist meine, auch in dieser Version läuft es nicht so ganz rund. Dann haben wir uns die Alternativen angeguckt. Ich könnte jetzt mein Pi OS sozusagen vom Pi runterwerfen und andere OS-Systeme drauflaufen lassen. Da würde sich zum Beispiel Lineage OS anbieten. Die Älteren erinnern sich noch, es ist eigentlich da aus der Geschichte von Smartphones entstanden. Smartphones, die dann ohne direkten Zugriff größerer Hersteller laufen sollten, die dann auf der Open Android Version laufen und von einer starken Community immer weiterentwickelt werden. Lineage OS kann man auch auf dem Raspberry Pi installieren. Das haben wir auch gemacht, haben uns unsere Micro-SD-Karte wieder geschrieben, haben das alles da draufgepackt, haben das dann alles installiert. War gefühlt auch wirklich wie bei einer Smartphone-Einrichtung. Und auch da kann ich, wenn ich mehr machen möchte, zum Beispiel auch ein Google Play Store installieren, darüber dann immer weitere Apps installieren und man hat dann doch ein sehr, was soll man sagen, Smartphone-Tablet-lastiges Erlebnis. Und man merkt an jeder Ecke, ja, es läuft darauf, aber es ist eigentlich ein System, das auf Touch-Displays, auf eine Touch-Bedienung ausgerichtet ist. Kann man machen, wirkt da aber einfach noch ein bisschen sehr frickelig und leicht fehl am Platz für meinen Geschmack. Dann gibt es aber auch die nächste Möglichkeit, nennt sich LibreELEC. LibreELEC hat so einen schönen Slogan wie Just Enough OS for Kodi. Ja, da kommt wieder Kodi im Einsatz, jetzt aber mit diesem Unterbau eines, was soll man sagen, sehr leicht gespeckten eigenes Mini-OS, was dazu führt, dass Kodi von der Performance und von der Einrichtung natürlich genau abgepasst ist und in meinen Augen deutlich besser lief, als wenn ich das irgendwie separat auf das Fertige installiert hätte. So, dann steht man da aber, verliert natürlich die anderen Funktionen, hat jetzt aber genau das, was man eigentlich möchte, ein Smart-TV. Mit den Möglichkeiten, die Kodi einem bietet, darüber dann die ganzen Add-ons zu installieren. Dann habe ich dann auch die Möglichkeit, auf die ganzen Mediatheken, ich habe was, was ich zahre zu da draußen, für Live-TV und alle möglichen Sachen. Es gibt Add-ons für die ganzen Streaming-Anbieter, Netflix, YouTube, Twitch, was es da nicht alles gibt. Es gibt sogar noch mal Apps von einigen Fernsehanbietern selber oder Kanalanbietern selber. Es gibt wieder Apps oder Add-ons von Mediatheken. Ich habe wieder die eingebaute Möglichkeit, ich sehe einfach Live-TV, ich habe meinen eigenen NAS-Zugriff, wenn ich dann wieder ein eigenes NAS mache. Auch hier kann ich wieder hingehen, per USB-Festplatten und USB-Sticks anzuschließen und die werden dann direkt eingebunden, mir angezeigt und das kann ich dann einfach direkt bedienen. Ich kann es auswählen und die Bedienung ist im Großen und Ganzen sehr rund. Natürlich muss man auch an dieser Stelle sagen, es wirkt an vielen Stellen auch mal wieder, bis die Einrichtung dann fertig ist. Es ist was mal wieder für die Nerds, für die Bastler. Man kann einen wunderbaren Einstieg da einfinden und dann sagen, das Basiszeug reicht mir oder man fuchst sich richtig rein und entdeckt wieder eine komplette Welt, in der man Tage, Wochen, Monate verbringen kann. Und natürlich, jetzt muss man auch sagen, der ein oder andere ruft die ganze Zeit schon, hey, ich könnte doch auch einfach einen Apple-TV, einen Amazon-Fire-TV-Stick, einen Chromecast von Google an diesen Fernseher anschließen und habe dann, was weiß ich auch, ohne große Code-Zahlen zu haben, ohne was installieren zu müssen, Zeit lohnen zu müssen, runterladen zu müssen, was auch immer, eine viel einfachere Bedienung. Der Nachteil ist aber, da begebe ich mich komplett in die Hände von diesen jeweiligen Herstellern und Konzernen. Natürlich kann ich hier und da bei einigen Fire-TV-Stick zum Beispiel auch noch Sachen zusätzlich installieren, aus anderen Quellen rüberschieben. Dann fängt aber das Basteln wieder an, was dem Raspberry Pi eigentlich in nichts nachsteht, wo ich mit dem Raspberry Pi aber wieder einen einfachen Zugang zu finde und eigentlich noch mal mehr draus machen kann, weil hier bin ich sozusagen der Chef-In-Ring. Hier habe ich die Kontrolle, was drauf läuft, was da passiert. Ich kann einzelne Kompromittenten wieder rausschmeißen, andere dafür einsetzen. Ich habe im Endeffekt hier den kompletten Zugriff auf das, was hier drauf läuft, was ich bei den anderen Möglichkeiten halt nicht habe. Ist natürlich, kann man sich ja komplett frei entscheiden und ihr solltet auch wissen, wo die Vor- und Nachteile liegen und die meisten gehen natürlich auch einfach, stecken was dran und es soll einfach funktionieren. Aber wir wollen euch hier natürlich auch zeigen, mit ein bisschen Arbeit, mit Einsatz, mit Basteln, kann man auch noch selber was draus reißen. Und darum geht es ja auch, um da einen Spaß zu haben. So, und jetzt seid ihr gefragt, für welche Möglichkeit würdet ihr euch entscheiden? Ist das viel zu viel Arbeit oder vielleicht doch eine tolle Möglichkeit? Hat man vielleicht noch einen Raspberry Pi rumliegen und noch einen alten Fernseher, wo man da was machen würde? Welchen Weg würdet ihr gehen? Habt ihr vielleicht eigene Lösungen? Ich weiß, XMB und sowas, da gibt es noch DLNA-Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, Zeug auf diese Dinger zu bekommen, auf alte Fernseher, die dann smart zu machen. Aber, das wollen wir von euch wissen, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Mehr Informationen zu dem Ganzen gezeigten findet ihr auch unten in der Videobeschreibung und auf der Konrad-Homepage. Das gesamte Konrad-Technik-Helden-Team freut sich über ein Abo und Daumen rauf. Und das Wichtigste, wenn ihr auch beim nächsten Konrad-Technik-Helden-Video wieder mit dabei seid. Macht es gut und Tschüss!